Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Handelsecke. Mein Name ist Axi Nia Kirmis und ich freue mich heute Patrick Pieron von der CRS AG begrüßen zu dürfen. Hallo Patrick. Hallo Axi, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe von einem erfolgreichen Projekt bei einem Kunden von euch über das Thema Order Management erfahren. Gerne würde ich hier ein bisschen mehr wissen. Natürlich. Wir haben bei einem internationalen Retailer SAP Order Management als Public-Cloud-SaaS-Lösung eingeführt. Der Kunde hat eine sehr große Expansionsstrategie und ihm ist es wichtig, dass er eine Enterprise-Architektur einführt, mit dem er aktuelle und zukünftige Anforderungen abbilden kann. Das klingt spannend. Was mich aber interessieren würde, warum hat sich der Kunde ausgerechnet für die Order Management-Lösung von uns, sprich SAP, entschieden? Order Management beginnt klassischerweise nach dem Checkout. Das heißt, der Kunde hat seinen Auftrag im Webshop abgegeben und der Auftrag wird anschließend an das Order Management System übergeben. Das Order Management System übernimmt anschließend das logistische Fulfillment und die Steuerung dessen und das Statustracking. Der SAP Order Management Ansatz ist ganzheitlich. Das heißt, er beginnt bereits direkt im Webshop. Dort werden live auf die Bestandsinformationen zugegriffen. Es wird geprüft, von wo der Artikel versendet werden kann und ein Blick in die logistische Situation geworfen. Lass uns das an einem Beispiel illustrieren, Axi. Stell dir vor, du bist im Webshop unterwegs eines internationalen Händlers. Der Händler hat unterschiedliche Logistikstandorte. Du hast mehrere Artikel im Warenkorb und dann werfen wir mal Blick darauf, was macht Order Management und wo unterstützt Order Management an der Stelle. In diesem Fall prüft Order Management live die logistische Situation. Das heißt, es wird in den unterschiedlichen Lägern geschaut, von wo kann dein Artikel versendet werden. Dabei werden die offenen Aufträge berücksichtigt und bereits im Checkout für dich die Ware reserviert. Wow, ein nahtlos integrierter Prozess. Ein weiterer Aspekt ist das Thema Sustainability. Bietet die SAP Order Management Lösung Möglichkeiten an, die Sustainability-Wünsche des Kunden und oder des Unternehmens abzubilden? Ja, du hast mit SAP Order Management die Möglichkeit, beim Sourcing, also bei der Prüfung von wo der Warenkorb verfüllt werden kann, Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen, indem du zum Beispiel dafür sorgst, dass möglichst wenig Pakete versendet werden oder Ware zunächst intern umgelagert wird. Klasse, auch das ist betrachtet worden. Du hast vorhin einen guten Satz losgelassen. Prozesse für die Zukunft parat haben. Bietet das das Order Management auch an, beziehungsweise hast du hier noch Beispiele aus der Praxis? Ja, hier gibt es ein ganz prominentes Beispiel aus der Praxis. Stell dir vor, das Business deines Kunden möchte kurzfristig ein Abo-Modell umsetzen. Abo-Modell bedeutet, dass im Vorfeld ein gewisser Betrag bezahlt wird und der Kunde züglich eine Lieferung erhält. Das ist mit SAP Order Management in der Kombination mit SAP Subscription Billing zeitnah möglich. Ein weiteres Beispiel ist, der Kunde möchte einen neuen Fulfillment Partner anbinden. Das kann mit SAP Order Management in kürzester Zeit realisiert werden. Wunderbar. Patrick, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die interessanten Informationen. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.